Schon allein JETZT werde ich unter Druck gestellt und das gefällt mir ja nicht wirklich. Achtung, Brandausbruch. Ursache offenes Licht und Feuer. Löschen Sie alle Brände. Ich finanziere hier zu viel, das merke ich schon jetzt. Achtung, Brandausbruch. Lebt der immer noch da? Also ein Selbstmordversuch würde ich das jetzt nicht wirklich nennen. Ich kann doch nicht handeln, wenn da 30 Sachen auf einmal passieren, um die ich mich kümmern muss. Irgendwann kommen wir noch dazu, um einen Streifenwagen zu verkaufen. Achso, ja. Jetzt wird ja auch noch auf Polizeibeamte geschossen. Das ist... Ich kann den großen Tankwagen nicht sehen, ey. Das ist... ... einfach nur ein Auto. Ich kann den großen Tankwagen nicht sehen, ey. Das ist... Wenn ich die Seite anehe... Ich merke schon jetzt, dass mir einige Sachen hier schon jetzt auf den Sack gehen. Ja. Hier erlebt ihr nochmal kurz der Realismus pur, dass ein Boot da von alleine schon hochgeht. Aber schön, man. FD, Fire Department in Deutschland, okay. Ich glaube, dass es eher Made in the USA ist. Meine ich jetzt mal nur so. Schnell, schnell, go, 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 go. Schneller, renn, Opa, renn. Spätestens gerade im Spiel? Vier um morgens. Ja, und da hat jemand noch ein technisches Gerät an. Der Polizeiwagen fährt auch mal ohne Sirene total. Sage ich jetzt mal schnell an den anderen vorbei. Boah, endlich mal hab ich da richtig Kohle. Ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich ist eine Wecke war von der Zigarette ausgelöst. Wer? Was? Man wirft eine Zigarette an einem Haus und es fängt direkt an zu brennen. Warum ist dieser Brandausbruch direkt neben dem alten passiert? Das war jetzt ultraschwer. Oh, da oben ist noch ein Feuerwehrwagen. Wo ist der? Oh, ja. Fahrzeugbrand ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand, transportieren Sie das Fahrzeugzeug an und wenn notwendig versorgen Sie den Anruf. Wie lange habe ich noch Zeit? Ich das schaffe, ich schicke lieber mal ein Löschfahrzeug nach und zu. Das wird jetzt nämlich eine fiese Kettenreaktion auslösen. Ihr wollt mich verarschen, ne? Ja, wow. Ich glaube nicht, dass das Löschfahrzeug jetzt wirklich noch was bringt. Brandausbruch, Ursache nicht bekannt. Verhindern Sie eine Ausweitung der Brände, löschen Sie das Feuer. Wow, ein Schornenschirm brennt. Jetzt bin ich auch richtig hart überfordert. Wie viel Zeit habe ich noch für den... Fahrzeugbrennen sind immer wieder mal so eine Sache. Ich glaube, das kriege ich hin. Ja, das kriege ich auf jeden Fall hin. Wird total knapp. Ah, cool. Ich meine, das hat es ausgebrochen. Oh, Alter. Ähm, ich glaube, ich muss wirklich gleich aufgeben, weil... Ich merke schon, alleine wenn ich schon dieses Atomkraftwerk sehe, muss ich eine Dekontaminierung vorziehen. Und es können, es werden auch immer wieder mehr, wie man sieht. Das heißt, ich muss ein Dekontaminierungs-Dingens da kaufen. Und allein schon den zu kaufen, wird für mich eine große Aufgabe. Super. Dann verkaufe ich jetzt einfach mal an das Flugzeug, damit ich den finanzieren kann. Das Schlimme hier, ich darf hier keine Feuerwehrleute rausbringen, weil... Bitte, lasst erst mal die Feuerwehrfahrzeuge vor. Damit wir wenigstens noch überhaupt eine Chance haben. Und bei der Lüte rot. Und bei der Lüte rot. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sind mal ganz weit weg Gut, lass ihn mal raus, Bro Das geht eigentlich nicht, das muss ich absperren Bemerkte, gebe ich meine Hoffnung noch nicht auf Aber eigentlich ist es mir egal, wenn die da aus dem Einsatzgebiet fliehen Ich will jetzt nur mal die rauskriegen, die Platz für ein Fahrzeug machen Ach du Scheiße, was hatten wir, verliert Leben Die Räumen 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 Wir werden da so schön Ach du Kacke, das ist der Verbrecher. Das ist der Verbrecher. Das ist der Verbrecher. Das ist der Verbrecher. Okay, ich merke, dass ich hier nichts mehr unter Kontrolle kriege. Der Verkehr geht auch schon hoch. Und meine ganzen Einsatzkräfte sind schon verkeimt. Und an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann sehe ich euch in der Deluxe Map wieder.